Hallo, ich Ali, wir Half-Life 2, bäm bäm bäm, und ähm, es gibt einige Dinge, die ich klären muss, in Bezug auf mein 9000 Abonnenten-Special, nur als Special vor allen Dingen. Ähm, viele Leute schreiben ja, Ali, voll Enttäuschung, hab mehr von dir erwartet. Ich bin ganz ehrlich, Leute, die Tatsache, dass die Enttäuschzeit, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, denn wenn es ein echtes Special gewesen wäre, was es aber nicht war, dann würde ich es verstehen. Aber es war nur ein Joke-Video, was auf das 200 Abonnenten-Special basiert. Deswegen gibt es so gar nichts, also wirklich gar nichts, worüber man enttäuscht sein könnte, weil es eben nicht existiert, versteht ihr? Und ganz ehrlich, Leute, immer noch wir, die Let's Player, bestimmen, wann wir ein Abo-Special veröffentlichen, weil ich finde es auch ein bisschen dreist, wenn Leute fragen, Ali, wann kommt denn jetzt endlich dein 9000 Abonnenten-Special, obwohl sie nicht mal fragen, ob überhaupt eins kommt, wobei ich gesagt habe, dass keins kommt. Und, okay, ich finde, man sollte sich einfach besser informieren, und vielleicht ist es auch altersbedingt, aber ich finde es halt ein bisschen dreist. Naja, meine Meinung. Barney? Du kommst nicht mit! Salp, bleib bei mir! Ich hab dich geliebt! Nein, hab ich nicht. So, es geht weiter. Wir begeben uns aufs Dach und Torrents! Das heißt, wir können wieder Arschloch spielen. Moment. Wo ist mein Team? Da. Schießt sie ab! Ich glaub, da sind wir jetzt von meins, ja. Oder eigentlich zwei Reis treten. Mann, jetzt ist ein Stück. Schade. Naja. Das ist die romantische Geschichte von ihm und ihr. Das ist die romantische Geschichte von ihr und ihm. Aber es geht weiter und eigentlich habe ich einen anderen Ohrwurm. Hier we go. Na, ich werde jetzt nicht beatboxen. Möchte gehen beatboxen. Nicht jeder hier in Hamburg ist so ein Beatboxer wie unser Alberto. Und ich werde dich angreifen mit einer Fräschstimme. Ich bin cool. Haha. Und weg. Ja, der Ali macht mal wieder scheiße. Und ich warte hier einfach, ich campe hier einfach wie ein Flieger-Camper im Online zu lösen, bis die anderen tot sind. Und hier gibt es Raketen. Awesome. Endlich wieder Rockets. Und jetzt müssten eigentlich alle kommen ins Boot sein. Nein, sie leben noch. Und es ist verdammt dunkel. Ich sehe gar nichts, dass du in der Runde bist. Oder es stinkt. Ich stirb. So, wann hast du alle? Ich glaube, was schießt uns? Ah, Dusche wieder. Okay. Jemand hat mir gesagt, ich muss die Raketen so machen, wenn ich es im Treffen. Yay. Yay. Oh yeah. Oh yeah. Verdammt, er hat mich getroffen. Dann werde ich mich mal wieder Raketen holen. So. Die gab es Rockets. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen. Und wenn wir nicht wieder Raketen. Yay. Bam. Das war Tremmer-Mod 2. Last Hit. Verdammt. Mann. So leicht lasse ich dich nicht entkommen, mein Lieber. Oh yeah. Verdammt. Irgendwas schiebt mich von unten ab. So. Yes. Und noch einer. Ich muss sich über drei Mal treffen. Jetzt stirb doch echt. Verdammt. Damnit. Ich hab ein Déjà-vu. Ich hab alles in die Kampf vor. Und du bist tot. Das haben wir auch bei den Ameisen. Irgendwas schiebt mich von unten. Du bist ein Strider. Holy shit. Was macht ein Strider da unten? Oh mein Gott, ich hab Angst. Okay, er ist gestorben. Und ich werd mich jetzt in den Strider kümmern. Ich find es nicht okay, dass hier ein Strider ist. Den werd ich noch nie. Das ist wie ein Bosskampf. Hast du tot? Na, du bleibst immer noch. Jetzt stirbst Strider. Ich geh in die Knie. Verdammt. Verdammt. Verdammt viel drauf, der Junge. Aber eine Rakete fliegt ja. Was? Ich hab nur noch elf? Gon, du solltest dich vielleicht schnell heilen. Zum Glück hab ich die Raketen mitgenommen. Ich denke, man ist alles. Was? Noch ein Luftschiff? Kann ich mich verarschen? Ich hab eben schon eins abgeschossen. Wie ist das denn überhaupt? Über Angst. Mein Team ist tot. Ich bin alleine auf mich angewiesen. Nicht, als wär ich da schon mal. Okay, wie es aussieht, muss ich. Was ist da los? Die Monster, you don't belong in this world. Ich war auf der Raketen. Das heißt, ich muss hier quasi campen, weil ich keinen anderen Weg habe. Ist der Strider tot? Anscheinend. Ich schieße mir da irgendwas ab. Kommt ihr denn her? Ganz plötzlich, aus dem Nichts. Ich komm einfach so von Nichts. Warum sind hier so viele? Warum töten sie mich? Aber ganz ehrlich, was zum... Ah, jetzt sind wir ja hier, okay. Das ist also ein Spielabschnitt. Was zum? Was war das? Ich fail hier total. Mäh. Alles schießt mich ab. Ich hab hier überhaupt keinen drin. Stirb, du dummer Strider. Meine Fresse. Jetzt haut er ab. Natürlich haut er ab. So. Ich kümmere mich um das andere Luftschiff. Und irgendwas schießt mich wieder ab. So, Strider. Jetzt komm ich auf die andere Seite. Wahrscheinlich muss ich warten, bis die Come-Eins gespahnt sind. Bis sie ihren Löchern. Oder ich muss den Strider bekämpfen. Da habe ich keine Lust drauf. So, da kommen gleich Come-Eins raus. Glaube ich zumindest. Oder? Wo ist denn das Luftschiff? Ich habe ein bisschen Angst. Ach da, okay. Deswegen sind auch so viele. Das geht aber auch nicht kaputt. Kann das sein? Ich hole mir ja sicher. Jetzt habe ich nochmal Raketen. So, Leute. Das ist im Moment nicht viel passiert. Aber ich komme anscheinend nicht weiter. Und ich weiß nicht, woran es liegt. An meiner Dummheit? Oder? Einfach nur was zum... Leute, ich hasse euch. Einfach nur, weil hier so viele sind. Grundsätzlich habe ich nichts gegen kommen. Wenn da so viele auf einmal kommen, dann schon. Komm nur her. Habt ihr Heilung? Ich habe ein bisschen. Und das bringt mir letztendlich auch nichts. Man ist so verdammt dunkel. Ich kann nichts sehen. Warum sind hier Hüpfer? Ah, ich habe mich noch gar nicht geheilt. Sehr schön. Das heißt, Free Heilung Force. Und Armor. So, und jetzt hoffen, dass wir nicht abgeschossen werden. Und die Romanze ist weg. Denn sie sind tot. So, hier vielleicht irgendwo noch Combines. Ja, da oben. Tschüss. Wir haben noch ganze sieben Minuten, Leute. Sieben Minuten. Ist das nicht awesome? Alles klar. Habe ich eine Armbrust? Ja. Bam. Ich habe ihn nicht getroffen. Hey, ich habe die vollen Eier geschossen. Boom, man. Schon voll ins Knie. Okay. Zum Glück haben wir eine Armbrust. Gott sei Dank. Wann gibt es eine Armbrust. So. Und wo kommt die alle wieder her? Ich dachte, die wäre tot. Heil mich mal. Heil mich. Heil mich. Spiel brauche ich eigentlich nicht. So, jetzt gibt es Pumpkin Power. Bam. So ein Rusher. Ich rushe immer. Und treffe mich jetzt. Heilung? Ja. So, das war's. Wuhu. Und. Ja, das heißt. Scheiße, Leute. Ich bin gerade voll ins Feuer gesprungen. Und es geht weiter. Und. Oh, ziemlich dunkel. Ich könnte mich theoretisch einfach nicht verstecken und sagen. Überraschung. Stirb. Danke. Okay. Bald müssten wir bei der Zitadelle sein. Hoffe ich zumindest. Denn ich will das verdammte Spiel auch durchhaben. Mit Earthrains hier bin ich wahrscheinlich schneller. Lauf doch mal ins Feuer rein. Lauf da ins Feuer rein, habe ich gesagt. Hier kommt es auch noch hin. Ja, komm. Du hast es fast geschafft. Schade. Ich dachte, die wären echt so doof. So, ähm. Das sieht mir hier wieder nach einer Zombie-Gegend aus. Oder auch nicht. Eher noch in einer Strider-Gegend. Für Angst vor den Strider. Ich hätte auch nicht mehr gegen die Strider zu können. Da sind sie. Die Strider. Die am wohlsten. Hier am wohlsten. Monster im ganzen Spiel. Sehr episch. Das Problem ist, ich habe keine Raketen. Und ich weiß nicht, wo ich Raketen kriegen kann. Und ich bin immer fast tot in mich angegangen. Weil die machen verdammt viel DMG. Aber wirklich. Seht euch das an. Das heißt, ich werde hier wohl campen müssen. Weil ich keine andere Wahl habe. Denn ich habe keine Rockets. Ich habe keine Nahten, aber das bringt mir auch nichts. Okay, dann werde ich ausweichen müssen. Ja, drei. Zwei. Ja, sind wieder... Nee, das sind ja noch mal eins. Eins. Und... Renn, Baby, renn! Wow. Renn, Baby! Oh mein Gott! Er ist direkt über mir! Oh nein! Lauf, 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 lauf! Ich habe Angst! Ich habe Angst! Ich habe Angst! Ich habe Angst! Ich habe eine Rakete. Verdammt, ich habe ihn nicht getroffen. Ist er weg? Äh... Oh Gott, da ist er. Ich habe Angst! Okay, ganz langsam. Vielleicht entdeckt er mich nicht. Leute, verzieht euch! Ich habe nichts mit euch zu tun. Ich glaube mir, ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ich will zur Citadel, ich was sagen. Sehr toll. Ihr seid auch so doof. Ihr müsst schleichen, Leute. Schleichen! Oh Gott, ich habe Angst. Überall sind die Strider und ich kann sie nicht bekämpfen, weil ich... Ah, Moment mal. Wo habe ich die Raketen aufgesammelt? Ich versus Strider. Epic! Jetzt trifft die verdammten Strider. Aber jetzt... Jetzt mein Ernst. Habe ich die Raketen aufgesammelt? War das hier im Gang? Ach, okay. Ach, okay. So, Leute. Seid ihr bereit für ein Epic Battle? Bam! Ich bin wieder weg. Hehe. Jetzt warte ich wieder hier, bis er weg ist. Sehr schön. Und holen wir die Raketen erneut. Ihr sind keine Raketen mehr? Äh, jetzt im Ernst? Oder habe ich wieder welche? Nein, habe ich nicht. Shit, Leute. Das ist aber nie gut. Wenn ich keine Raketen mehr habe, kann ich sie nicht bekämpfen. Was total logisch ist. Ja, das ist ja kacke. Wie soll ich sie dann besiegen? Kein Weg. Es gibt keinen Weg, sich zu besiegen. Tschüss. Scheiße, 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 scheiße. Da kann ich reingehen. Da könnte ich reingehen. Aber zum Glück bin ich wieder hier. Ne, ich verschwinde. Tschüss. Geh mir aus dem Weg. Geh doch sterben, doch egal. Ich bringe mich in Sicherheit. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Der Mörd. Das heißt, ich muss woanders lang. Aber Raketen wären nicht schlecht. Hier gehe ich hoch. Und jetzt da rein. Komm, beeil dich. Lauf, 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 lauf. Oh, ich habe es überlegt. Puh. Das war aber ganz schön knapp. Hier kann ich sie gut bekämpfen. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Was zum? Da fliegt erstmal ein Auto. Bis zum nächsten Mal bei H4F2. Tschüss.